Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Division. Warum melde ich mich hier vor diesem Part? Einfach nur, um euch mitzuteilen, dass in dieser Aufnahmesession irgendwie komplett was schief ging. Zuerst war das Mikrofon weg, da musste ich eine Nachvertonung machen und jetzt ist mir aufgefallen, dass Part 3 und 4, also die Parts, die jetzt normalerweise davor kommen sollten, auch im Eimer waren. Die musste ich leider wegschmeißen, die konnte ich leider nicht mehr retten, weil da war das Bild kaputt. Hat nur gepixelt und nur geleckt und keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall geht es jetzt hier an der Stelle weiter. Wir sind jetzt natürlich an einer anderen Stelle, wie wir beim letzten Part geendet haben, aber das soll uns nicht weiter stören. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Part und entschuldigt bitte. Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Division. Und wieder mit der Stadt ist der Crazy. Wieder anwesend. Ja, anwesend und ja, wir haben uns gerade mal so in der Aufnahmepause überlegt, wir hätten ja wenigstens hier mal die Tür öffnen können und im letzten Part und die Mission penden können, aber natürlich nicht. Warum auch? Vielen Dank, Agent. Wie ich gehört habe, haben Sie einige Zivilisten gerettet. Oh, die sind, oh, geil im Schränkel. Öh! Die haben auch den anderen nehmen können. Die haben auch den anderen erst aufmachen können. Hier ist auch noch eine Lootkiste. I see, I see, I warten, I warten, I warten. Und hier ist noch eine Lootkiste. Oh, wieder eine Auge. Ey, du Stoffrucksack habe ich bekommen. Wow. War weit gewinnen, was kriege ich denn jetzt? Ey, das ist sauber, das ist sauber, das ist Wahnsinn. Ich kann sie nicht öffnen. Ich kann sie nicht öffnen. Ah, jetzt, wow. Eine M60. So, warst du es? Ich habe eine P416 bekommen. So, jetzt muss ich erst mal gucken, ja. So, ja, das ist korrekt. Und das ist auch alles schmamm. Eine M60. Oh, das ist ja ein leichtes Maschinengewehr. Ich habe jetzt einen Laserbonder. Damit kann ich die Feinde blind machen. Kannst du das? Mhm. Das ist ja auch ganz sicher. Ja, wenn ich die blende, wird man blind. Ja, das hat immer Mutti gesagt. Oh, hier ist eine Auffüllkiste. Cool. Ah, ne. Das ist eine Dingskiste. Das ist eine Dingsbumskiste. Eine Munitionskiste. Oh. Da. Oh. Was? Ah, ö, ö. Ah, ö, ö. Warte, Achtung. Jetzt kannst du. Siehst du, ich sehe hier keine Kiste. Zeig sie mich zumindest. Hier ist was. Eine Wumme. Ui. Eine Wumme. Hier kriege ich eine M44. Ui. Ui. Ich habe hier so einen Haufen, ö, 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 Schrot. Geh mal ein, zwei Schrot-Dings. Da kam so eine Alte entgegengelaufen. Und ich guck so auf die Treppe runter und hab die bloß im letzten Moment gesehen, wo sie vor mir stand. Ne, ich glaube, da nach. Hier, Alte. Ja, die ist jetzt hier unten. Piep, 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 piep. Boah, natürlich. Geht's denn hier hoch? Ah, hier. Ah, ich bin hier oben. Tja, bin ich wieder falsch gelaufen. So, next mission. Sonst würde ich immer rummeckern, ne? Ja, das kann ja mal passieren. Ja, du läufst ja immer falsch. Ne? Ne? Äh, okay, ich ziehe mal hier auf Dings und, äh, ich drück mal X. Okay, kommt nix. Keine Durchsage. Hm. Wasserversorgung. Ja, kommt wahrscheinlich erst, wenn wir wieder ankommen. Ach, Wasserversorgung, äh. Ja, da kommt auch wieder diese Flammenwerfer-Ersche. Hm. Oder? Ja. Dann nimm's doch mal. Nicht genug Mineralvers. Ich hab doch unten Mineralvers eingesammelt. Was denn los? Blühen. Magenta-Turnschuhe. Wow. Brauch ich. Ey, du Köder. Das ist ja noch einer. Erwischt. Weg ist ein Hypot. Ich hätte doch schief gehen können. Hätte. Hätte, hätte. Fahrradkette. Das sind gute Sachen. Hat's aber nicht. Pff. Okay, jetzt hast du wieder leider angelockt, du Depp. So. Hau, So. Tschüss, bis die tot sind. Naja. Ja, dich Hund genannt. Du bist aber jetzt tot. Was machst du denn jetzt? So, alle tot. Naja, fast. Oh, ist glücklich. Ich seh nix. Warum denn? Licht wieder an. Nice. Oh, dann liegt grüner Loot. Ja, sag ich doch. Ich muss zurück. Weil hier ist nämlich, ähm... Ja, da müssen wir sowieso noch. Der APK. Da müssen wir sowieso noch hangen. Aber hier ist doch was. Ein Laptop. Hey, pack zusammen. Echt? Wir gehen in den Garten. Ach, na eben. Hey, pack zusammen. Wir gehen in den Garten. Wer ist? Das ist auch ne I-Kiste. Fuck. Was haben wir denn? Ach, ne Auffüllkiste ist das. Mhm. Eine Auffüllkiste. Gitarre. Ist die jetzt schon wieder? Ja, hier. Der Onkel. Der Gäste ist kranke. Der Onkel. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Grüß mich. Na hier. Geht's runter. Ach, gut. Ist das ein Echo? Das ist ein Echo. Ja, ich... Das ist ein Echo. Ach, ich glaube, das ist das verbackte Echo. Verbackte. Ja. Das geht nicht weg. Nee. Weg. Komm, du kennst mich seit Jahren. Das Husten. Ich habe erst mal hier... Okay, das ist weg. Brauchst mal rausgehen. Oh, schon ist es weg. Nein, ich meine, das geht nicht von der Karte weg. Von der Map. Bei mir ist es dick. Ja, aber nicht, wenn das nächste Mal startet, dass es wieder da ist. Das wird drauf achten. Jetzt habe ich nämlich mit meinem Lokalcharakter, mit meinem, äh, Dings, habe ich das schon geholt. Und das geht nicht weg. Sieht man sogar im Vlog. Egal. Egal. Fange Funkübertragung an. Bitte warten. Leute, wir müssen den Wasserdruck in der Stadt senken. Die löschen wir euer schneller, als wir sie legen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Arbeit behindern. Was? Du hast jetzt echt behindert? Sieh. Der Arzt darf, du wolltest mich jetzt echt verbessern. Du bist du... Du müsstest mich doch auch langsam kennen. Eben. Deshalb habe ich es dann doch lieber sein gelassen. Elektro-Teile. Achtung. Papp. Oh, reine, guck mal. So. Das ist ja gar keiner mehr. Ab. Was mache ich denn noch? Was mache ich denn noch? Was muss ich hier noch drücken? Hey, der Sack. Das ist ein Weichei. Oh. Ich will gerade schießen. Fällst du schon um? So. Juhu. Wieder am Rädchen drehen. Ja. Das wollen wir doch gerne mal am Rad drehen. Interagieren. Interagieren. Warnung. Wasserdruck im kritischen Bereich. Ja. Dann nächstes Rädchen drehen. Hm. Da hin. Hier, Jungs. Denke ich euch. Warnung. Wasserdruck im kritischen Bereich. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Interagieren. Warnung. Hab ihn da. Hier. Mit einem Wasserdruckbehältnis? Äh, äh, Schlauch? Äh, 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 Korbel? Rad. Rad. Korbel. Äh. Drehteil. Tschüss. Warnung. Wasserdruck. noch einer ums und wir haben noch ein rad oben 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 ich werde gerade heiß au heiße sache welches oben das oben hast du es du lösst richtig hin ach so mach du ich schieß ok keine mehr da auch klasse oh in der lütkiste in der lütkiste nachladen wow auf jeden Fall sie haben die lütkiste vergiss es nicht er hat gerade zuf gemacht alter jetzt alle da oben hier muss ich am rad drehen dann glaube ich haben wir es los ob es trotzdem eine lütkiste ok dann gehe ich hoch gehe ich wieder runter was hat er auch gestabilisiert was hält der luxe stabilisiert einsammeln und das einsammeln ok dann hau ich dir mal nächsten rein und zwar das kampf und die lütkiste kampf der titanen titanen streichhölzer was was irgendwas stand da ich hab streichhölzer gelesen hm sind aber keine streichhölzer sondern ein ein streichhölzer ein streichhölzer ein streichhölzer wo geht's denn hier raus lass mich raten oben äh ja nach da hinten ok sicher so nix leider doch ohne rewarnung habe ich komischerweise kaum probleme den weg zu finden komisch ne was bedeutet wer weiß so weiter geht's zum kampf lalalalalala also schießen ja wie immer halt ne ja gut die wischen die wischen ach man die scheiß zivilisten hier pisst euch da mal ach das ach kacke achte 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 kacke ja da sind wieder die zwei hände da ach georg Ich habe die Tasche. Alter. Ich will nicht sterben. Endlich. Das sind wieder die scheiß Koffer hier. Koffer. Was? Wo? Was? Schießt. Lauf, da ist einer. Hinterm Auto. Ich klau mir mal einen Koffer, ne? Alter. So. Kannst die auch reinnehmen. Kannst aber nur mit Pistole schießen, ne? Denk dran. Alter Schwede. Ich habe keine Gegner. Ich habe keine. Ne, Alter. Ich bin froh, wenn ich wieder eine bessere Waffe, als wenn ich ein Sniper-Gewerf finde. Du hast in deinen Koffer gelassen. Ich bin hier noch eine Ballerei, Mann. Einfach den Koffer hier einstecken und bumms. Ich hole noch eine Ballerei! Ja, komm, dann nimm deinen Koffer. So. Da kommt immer wieder neue. Da kannst du bis Weihnachten warten. Ich will jetzt den Koffer nehmen. Ich will den Koffer nehmen. Ich will den Schuh mit Absicht. Ich will den Koffer nehmen. Ich will den Schuh mit Absicht. Du musst dir schon deinen Koffer nehmen, ne? Oh, ich finde eine Waffe, ja. Das gibt es doch gar nicht. Was? Ach, diese Waffe, ey. Ich will den Koffer nehmen. Warnung! Feindkräfte näher an sich! Oh, abgestürzte Drohne habe ich gerade gefunden. Er kriegt es halt nicht hin, mal den Koffer zu holen. Warte, ich hole da. Achso, was hast du denn da? Wir sind ja überall Feinde, ne? Ja, die kommen doch immer wieder. Die spawnen doch immer wieder neu. Oh, hier ist der doch. Der hat gesagt, du Hund. Ich habe gerade einen Hund abgeknallt. Ich glaube, wo er in Verbindung steht. So, hier kommen keine Feinde mehr, mein Freund. Ich sagte, das gehört auch nicht. Ja, das könnt ihr auch nicht, weil ich fertig bin. Denn jetzt bist du fertig. Puh, ja, toll. Mal gucken. Ich glaube, ich habe jetzt eine andere Waffe bekommen. Ich hoffe, das ist eine bessere als die, die das Scharfschützen gab. Ich gucke gleich mal. Mal ein Sturmgewehr oder sowas mal zulegen, ne? Soll ich mir das jetzt nehmen? Ich glaube, das ist vielleicht besser als das. Warte ich mal hier alles ausbauen. Hier sind Elektro-Teile. Mal das ist echt. Boah. Oh, hier ist ein Echo. Oder? Ne. Ein Handy. Hier. 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 so komisch ich bin hier oben so ist es ja warte doch ein ich warte nicht hol dein Handy ab geht doch gerade nicht ich muss doch erst mal wenn du dir ein Handy bestellt sagt er auch nicht warte doch mal so jetzt hab ich doch was schönes hab ich doch jetzt hier definitiv besser warte mal wie ich denn das stärke jetzt da kann man schon so lassen hol dein Handy hol dein Handy ja Zivilist es wartet auf dich es wartet auf dich es wartet auf dich du in den Schall dein Handy wartet aber ich hab gerade einen Schall bekommen so ich komme ach ist die blöd guck mal oh dein Handy ich hab das Handy geholt oh hast du fein gemacht ich will es schalten ach so ich muss eine neue Mission anklicken hier ist doch eine andere na halt's maul okay also nicht du ja ja jetzt war das hier hätte ich jetzt auch gesagt ja ich hab dich gemeint so ach wir haben schon wieder ein paar zu Ende Mensch das geht ja halt fix ja dann würde ich sagen wir gehen dann zur Straßensperre im Morgen im Morgen und ja war auf jeden Fall ganz lustig und ja bis dann morgen und tschüss ha tschüss nach tschüss o die